Seid gegrüßt, ich bedanke mich herzlich bei Brownie, dass ich bei diesem Film Adventskalender mitwirken darf. Natürlich ist es eine Gretchenfrage, welchen Film man da wählt. Ich habe mich für den Western Hostiles entschieden, einfach weil er meinem Herzen näher angeht. Und was es damit auf sich hat, das möchte ich natürlich jetzt näher erläutern. Protagonist ist Joe Blocker, der ist eigentlich schon in Pension, ein alter Kriegsveteran sozusagen. Doch hat er nochmal die letzte Aufgabe bekommen, seinen alten Feind Yellow Hawk, der schwer erkrankt ist, nach Montana zu begleiten. Er soll ihm sicheres Geleit gewähren, denn Yellow Hawk ist kurz vor dem Tod. Er ist schwer krank, möchte aber am Platz seiner Ahnen begraben werden und dort sterben. Daher hat er das beim Chief erbeten. Nun gilt es eben, diese Reise anzutreten. Es wird eine Mannschaft zusammengetrommelt und dann gehen wir zweieinhalb Stunden auf die Reise. Und was diesen Film für mich besonders wichtig macht und emotional, sind die Figuren. Denn von Joe Blocker bis Yellow Hawk bis andere Nebenfiguren, etwa die Witwe, die während der Reise aufgelesen wird und deren Familie niedergeschlachtet wurde. Alle Figuren gehen einen ein Stück weit ans Herz und sind nicht schwarz-weiß gemalt, sondern selbst die Bösen sozusagen haben den Hintergrund. Auch etwas später im Film sehen wir das dann noch. Und es menschelt sehr, aber durchaus im Positiven. Wir haben keine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Es ist auch alles sehr düster gehalten. Die Reise wirkt auch wirklich sehr kräftezehren, weil dann immer wieder, da kommen mal Comanschen und greifen an und dann wird das eine richtige Schicksalsgemeinschaft. Und dann entwickelt sich auch was zwischen den verfeindeten Parteien. Das bricht vielleicht ein bisschen auf und dergleichen. Und das ist wirklich schön. Mit von der Partie ist Max Richter und der kann dann natürlich diese emotionalen Momente nochmal ein bisschen emotionaler gestalten. Und das wird dann auch manchmal sehr dramatisch, eben auch weil Comanschen angreifen. Das geht dann richtig ans Eingemachte und das sehen wir direkt am Anschauen des Films schon, wenn dann eben die Witwe überfallen wird, also die noch nicht Witwe, und ihre Familie niedergemetzelt wird. Das ist schon alles sehr hart und der Film hat eine große Melancholie in sich. Wir hören dann nämlich die Geschichten von Yellowhawk, von Joe Block, von anderen Nebenfiguren, die dann noch auf den Plan treten. Und alle sprechen die gleiche Sprache. Dieser Zwist, dieser Krieg zwischen den Indianern und den Weißen ist sehr zermürbend und sie nehmen sich beide nicht viel an Grausamkeit. Ob das jetzt sozusagen geschichtlich so akkurat ist, sei dahingestellt. Aber ich fand es schön, dass man beide Parteien sozusagen, ja, nicht die eine als die bessere darstellt und dass man da versucht, ein bisschen Nähe aufzubauen. Wenn die letzten Figuren dann ihren Abschied gefunden haben, gleitet auch Max Richter uns mit dem Song Never Goodbye hinaus. Und die Last, die einst auf Joe Blocker, auf den Schultern von ihm lag, ist vielleicht ein bisschen übergegangen auf den Zuschauer. Und die Tage danach mögen vielleicht ein bisschen melancholischer sein als sonst. Und um hier einmal Rainer Maria Rilke zu nennen, wie habe ich das gefühlt, was Abschied heißt? Wie weiß ich es noch? Ein dunkles, unverbundenes, grausames Etwas, das ein schön verbundenes noch einmal zeigt, hinnelt und zerreißt. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos von meinem heutigen Gast sehen wollt, dann klickt doch gerne hier oben auf ein Video von ihm. Ansonsten habe ich hier unten nochmal das gestrige Kalendertürchen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.